so das hatten wir ja schon alle tierfreunde uns ja nicht noch mal angucken also was wir müssen wir machen töten wir uns nicht gegenseitig man mann bist du denn für eine alte ja und da musst du mich ja nicht erschienen ja muss man deutlich renal da nicht auf den österreichischen dialekt dann versteht man das ist deutschmann rad ich lass mich doch hier ich mach das verpiss dich was gewalt ja freunde also ihr seht das spiel ist cool braucht nur viel gemächt morgen noch viel gemächt mann ich habe einen mit zu kritisieren die gar nicht gebraucht mit ihr bin voll fokus erlaubte gewaltentwicklung aneck werd hier gleich mal aggressiv amana koi kann ich erst warten bis er mich aufgeschlitzt hat am besten ja sieg ja was ist denn jetzt es gibt ja keine munition mehr aber dann ist der nacken geschossen mann anweisung die folge leistet meine muni mehr haben wir jetzt verkackt so so ist er nicht noch vorbei genau öffne den raum sind sie damit einverstanden ich bin die 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 ja alter schreibe ich jetzt hier nicht auf dem abend an der deck bin unterzuckert ich sag dir das ja es war wie das geht aber ich habe keine obwohl doch hat man für spiel 3 1 los anvisieren oder er geht nie weg jetzt oder ist auch noch hat doch geschossen der versorge ist alter es reich vertreiben sie ihre rolle jetzt hier nicht ich muss ja nicht alleine machen 20 meter hinter dir ich bin zwar der quatsch dass du wenn die geiße totes ja manchmal ist das spiel als sona hinter ist aber die meiner man claude deckt mir doch mal den ab wenn zu bezweifeln immer machen wir doch nicht in den schuss man macht das so wie du ein rainbow man das war aber jetzt nicht so geplant ich krieg wieder den kopfschuss alter direkt jetzt habt ihr mal sehen wie das spiel läuft also müssen jetzt hier raum klären wenn du dann auf 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 Weißer wie Jesus, alter. Das Problem ist, wenn du reinläufst und schießt direkt, dann gibt es einen Minuspunkt, weil er die Waffe nicht gezogen hat. Wollen wir erstmal umclearen? Komm, wir probieren uns erstmal um. Hä? Hä? Warum ist der nicht blind? Nein, mal die lag im Busch. Okay. Hey, das war noch gespeichert, Mann. 2 Geil sind haben wir schon mal. Schönen hier, Freundchen, Alter. Hier ist der Typ mit der Pumpe drunter, glaube ich. Habt ihr mal den Arsch gerissen? Ja, ich hab schon direkt geschossen, Digga. Komm. Lass mich doch sonst reingucken mit meinem Scope. Ja, guck rein. Aber ich hab den doch schon vorher gesehen. Ich wusste ja, dass da einer drin ist. Der muss die Tür öffnen, dann muss der aufbrechen. Kann ich flashen? Nee. Da ist einer. Also flashen. Ja. Fisch nochmal hier hinten, weil hier hinten steht auch immer öfter mal einer. Ja. Pass auf dessen Draht. Hands up. So, hier nutzen wir die Bomben. Hands up. Get down. da oben kannst du mit dem ding da reingucken hier nutzen wir auch noch mal die bombe würde ich sagen hast du hier noch mal eine bombe? ne der wird instant die geisel wahrscheinlich erschießen steht denn der? da ist da eine geisel drin? zwei stück ja was für ein flashbang? ich habe noch eine flashbang ja ja das problem ist man erhebt dich du wichser mit dir ich habe noch eine flashbang eine flashbang ok dann werfen wir deine flashbang ja dann werfen wir deine flashbang wir haben die doch links wir wollen doch noch links sehen wenn du die geworfen hast dann gucke ich rechts drei, zwei, worfer geile nur nekig mir komm ran hier da kriegst du noch eine verpasst so hier könnte auch noch einer stehen jetzt muss man ich glaube ich habe ein bisschen bessert aim ja ist egal alter läuft mit der waffe auf mich zu oder da habe ich kein pardon bereit? ja aber ich habe mich doch schon ergeben aber ich habe mich doch schon ergeben ich muss das mal reloaden hier müsste noch der typ mit dem ding sorry das war es dann so geschossen aber manchmal finde ich es halt echt schwer dass du die gegner nicht siehst was haben wir? komm lass mal gucken F F also in F können wir nicht stehen lassen F können wir nicht stehen lassen ok also wir müssen wieder systematisch fallen guck mal zack ich habe den im visier brüll mal oder auch nicht ok dann würde ich mal so machen einer brüllt und der andere schießt haben wir schon mal drohen F ist schlecht also ich sag mal wir wollen nicht immer alle plus haben aber wenigstens B da durch nix du meinst dann schon mal hier in der Bank da ist noch ein hey sag mal nimm die doch mal fest alter wenn du an die schon vorbeirennst die lässt ihn da einfach stehen alter zieht er zückt da da freundlich seine Waffe bist du für Kameradenschwein ich dachte dann hast du schon gesichert ich dachte dann hast du schon gesichert ich dachte dann hast du schon gesichert nein ich bin ja vorbeigelaufen da ist einer drin ok ich habe den kommenden Jonny da her damit also der Shotgun Boy ist weg hier der Ninja im oberen Raum ist einer drin hier ist auch einer drin mach auf die Hütte ok bist du bereit? hm auf muss schon mal den Knauf treffen da könnte jetzt gleich einer rauskommen er kommt raus jetzt ist zum Beispiel er läuft da raus ich erschieße ihn aber das ist dann clean weißt du also manchmal ist das halt echt merkwürdig ich habe noch eine Flashbong ja hör auf jetzt Flashbong rechts warte ich bin auch nicht so weit ok bereit? ja und go hier oben ist bei mir einer hat sich ergeben bei mir ist ja auch noch eine Geisel drin aber da werde ich ich habe noch glaube ich eine Bombe ich habe hier noch einen Raum ne ja oder oh ich bin verletzt ja ist egal komm weiter der hat sich wieder ne egal gucken vielleicht kriegen wir es ja trotzdem hin ich habe halt schon zwei erschossen die was sie nicht ergeben mhm put your hands up D eigentlich auch nicht unser Anspruch meinst du da kriegen wir noch mal besser hin ja lass noch mal ja 1,2,1 machen wir noch also einen richtigen try get down oh 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 oct it okay xu WAS äch e echt jetzt champion der her get down also ich muss halt auch sagen du siehst die gegner stämmer sehr spät oder diese gegenseitig killen ist halt auch geil Ja, pass auf Draht. Da ist einer drin. Scheißel drin. Hier ist einer drin. Wo? Da links unten. Sehst du den von da? Ja, ich glaub schon. Ich hab keine Flashbang mehr. Mach, äh... Ich bin tot, versuch aber weiter. Okay. Das Problem ist, wenn du zu wenig Flashbangs hast. Eigentlich bräuchtest du mehr Flashbangs. Ja, eigentlich schon. Wenn ich so drei hätte oder vier, dann wäre das die WD. Ich bin tot, wenn ich die WD. Ich bin tot. Ja, ich bin tot. zwei verbrecher drin ja als spring war guckst du bereit geradeaus und einer links ich habe noch eine flech ja auch noch noch eine flasche habe ich noch ja in einem raum vorne noch nicht geklärt naja du kannst aber hier rein füßen ich wollte jetzt nicht mein leben riskieren deswegen ne fuß rein also hier mit einem mit dem guck ding geisel mautzermann werden wir den patschähnchen in der hand stellen ja wenn hier noch welche drin sollen flaschen damit kann man sich zufrieden damit kann man als sich zufrieden ihm denke ich damit kann man doch in Ruhe essen gehen ja würde ich sagen ja ihr lieben ja dann war die mission die aber vorhin halt nur auf f oder auf die schafft vielleicht kriegen wir etwas neues wenn alles klar bei dir ja danke rick okay machst du das ich hatte sie ja solche angst dass ich nicht mal schon okay du bist jetzt in sicherheit und das alleine zählt jetzt komm ich will dich noch etwas fragen bevor die ermittler hier eintrifft also haben die angreifer die gesagt was sie wollen ja sie haben nach allem gesucht was in diesem fall stanisiewski zu tun hat wusste ich doch und haben die was gefunden ja die haben sich die beweise geholt die haben alles ernichtet fürchte ich tut mir so leid schon gut ist ja nicht so als hättest du was dagegen tun können und dennoch erinnerst du dich vielleicht noch an irgendwas von dem test etwas das uns weiterhelfen könnte das ist eine droge die sich direkt auf das nervensystem auswirkt und wenn man den gerüchten glauben mag nun dann kann man damit jemand vollkommen willenlos machen was ist das dein ernst seit wann weißt du das warum hast du uns das nicht sofort gesagt ja ich hab das erstmal selber genommen um zu gucken ob das da wird aber aber ich hab doch ich hab euch meinen bericht schon vor über einer woche geschickt hm seltsam höre ich zum ersten mal hör mal wir sollten die sache mit dem scopolamin für uns behalten ja wie auch immer das war will wirklich alle spuren beseitigen und dabei ist ist dem scheißegal wie viele leute ins gras beißen pass einfach gut auf dich auf verstärkung wird bald eintreffen dann kümmert man sich um dich ich und john wir müssen diese sache wirklich mal auf den grund gehen sprachenlernen battle erweitert das magazin so ja dann machen wir nächsten samstag weiter ihr lieben und J eli jetzt Vielen Dank.